Ich sehe Jesus an ein Kreuz und sie sind traurig, weil Jesus an ein Kreuz hängt. Sie haben es bei denen ganz fest aufgesetzt, dass der nicht mehr aufsteht. Die wollten den nämlich auslachen, wie du hast gesagt, du bist ein König. Ich bin traurig und allein, ich bin traurig und allein, es ist nur allein zu sein. Ich bin traurig und allein, ich bin traurig und allein. Ich bin traurig und allein, ich bin traurig und allein. Ich bin traurig und allein, ich bin traurig und allein, ich bin traurig und allein. Untertitelung des ZDF, 2020